Der März ist da und der März weiß nicht so wirklich genau, in welche Richtung er gehen mag. Morgen zumindest hat man das Gefühl, man ist auch ein bisschen im Winter gelandet. Nachmittags ist man im Vorfrühling, Temperaturen von 5 bis 10, teilweise 13 oder 14 Grad im Westen und Südwesten. Ja und nächste Woche, da ist es dann immer noch spannend, bleibt es so unterkühlt, gibt es vielleicht in den Hochlagen sogar ein paar Schneeflocken oder geht es eher Richtung Sonnenschein, den wir jetzt auch schon haben, aber das Ganze dann mit steigenden Temperaturen hin zum Frühlingswetter. Das ist spannend, das schauen wir uns hier in diesem Video an und wir werfen noch einen Blick auf die neueste März-Prognose. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Mittwoch hier bei wetter.net. Ja, Spannung ist auf jeden Fall da in diesem März, der meteorologische Frühling ist da und wir schauen hier mal auf die aktuelle Ensemble-Prognose für die Mitte des Landes mit den 2-Meter-Temperaturen und da gibt es ja wirklich nächste Woche ein wildes Hin und Her. Wir sehen eine ganz große Spannbreite, Temperaturen von knapp 20 Grad, aber auch Temperaturen von bis zu minus 5 Grad, also 25 Grad Unterschied in der Temperatur-Prognose. Da kann man eigentlich relativ wenig sagen, wie es da genau nächste Woche weitergeht, aber im Mittel, und das ist die rote Linie, bleiben wir meist so um die 10 Grad und nur der Hauptlauf, der stellt immer wieder mal nach unten aus und der mag es irgendwie kühler, aber das Mittel aus allen Berechnungen, das bleibt doch eher weiter oben. Ja, und die Niederschläge, die fallen auch immer geringer aus in den nächsten 10 bis 14 Tagen. Bis zum 17. März ist sehr wenig zu erwarten an Regen oder eben auch an Schneeflocken. Eher eine sehr trockene Wetterphase bis zum 17. März. Und wir schauen uns das nochmal genauer hier an, auf der Ensemble-Prognose für die Niederschlagsummen bis zum 17. März. Und da sehen wir im Mittel die rote Linie, gerade mal maximal 10 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das zumindest die Prognose vom amerikanischen Wettermodell. Es gibt aber auch hier eine große Streuung einzelner Berechnungen deutlich weiter oben, beziehungsweise eine Berechnung richtig weit oben, fast 45 Liter Niederschlag, aber auch ganz viele, die hier unten zu finden sind, gerade mal um die 0 bis 10 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Es bleibt also spannend. Wir schauen gleich mal, was macht die aktuelle März-Prognose. Was wünscht ihr euch eigentlich für den März? Soll es schon richtig warm werden mit frühsommerlichen Temperaturen oder hättet ihr gerne nochmal eine kältere Wetterlage, vielleicht mit Schneeflocken? Postet doch gerne mal euren Kommentar hier unter diesem Wettervideo. Ja, das Hoch Kai ist abgehandelt. So langsam kommt das nächste Hoch nach. Heute ist ein Übergangstag mit dichten Wolken, aber im Tagesverlauf, da setzt sich hier von Norden her der hohe Luftdruck wieder durch, dann Hoch Lino und dann kommt die Sonne in weiten Landesteilen wieder heraus. Also heute Morgen insgesamt noch überall viele Wolken, aber zum Nachmittag lockern die Wolken hier von Norden immer weiter auf. Im Osten, im Süden und im Südwesten, da halten sich die dichten Wolken noch am längsten, aber es bleibt überall niederschlagsfrei und die Tageshöchsttemperaturen, die steigen heute so auf 6 bis 8 Grad nach Osten und 8 bis 13 Grad im Westen bzw. im Südwesten des Landes. Wie geht es in der kommenden Nacht weiter? Teilweise rutschen die Temperaturen in den frostigen Bereich. Morgen früh messen wir um die plus 3 bis minus 3 Grad. Es gibt immer noch ein paar dichte Wolkenfelder, teilweise auch Hochnebel oder Dunst. Und weiterhin gilt, es geht niederschlagsfrei weiter. Und am Donnerstag ist dann das Hoch Lino wieder voll da, bei Temperaturen um die 8 bis 13 Grad. Und auch der Freitag bringt volle Lotte Sonnenschein, bei 7 bis 13 Grad sind 8 bis 10, teilweise auch 11 Sonnenstunden möglich. Später zum Abend ziehen hier im Nordosten aber ein paar Wolkenfelder auf. Und auch der Samstag bringt vorübergehend ein paar dichtere Wolkenfelder. Es bleibt aber weiterhin niederschlagsfrei, das Ganze bei Temperaturen, die am Samstag zwischen 5 und 10 Grad liegen. Der Sonntag ist dann wieder mehr dominiert von Wolken, die ziehen von Süden dieses Mal rein. Es bleibt aber wahrscheinlich weiterhin trocken. Es wird ein bisschen kühler, die Temperaturen maximal 5 bis 9 Grad. Und zum Montag und Dienstag, nach aktuellem Stand, insgesamt sehr trocken wieder. 5 bis 12 Grad und auch der Dienstag relativ ähnlich. Immer wieder scheint die Sonne. Ab und zu sind ein paar Wolkenfelder unterwegs. Niederschlag ist weiterhin erstmal kein Thema. Das Ganze am Dienstag bei 6 bis 11 Grad. Ja, insgesamt nochmal der Blick auf die Großwetterlagenkarte für Europa. Und zwar ist das die Großwetterlage am kommenden Samstag. Und wir haben hier wirklich eine stabile Hochdruckbrücke einmal über weiten Teilen Europas liegen. Aber hier im Mittelmeerraum, da versucht so ein kleines Tief hier mitzumischen. Das schiebt auch mal Wolken Richtung Süddeutschland. Und die können uns wie gesagt vor allen Dingen von Samstag auf Sonntag erreichen. Und dann ist es auch mal ein bisschen stärker bewölkt. Aber Niederschlag ist bis Sonntagabend weitgehend nicht zu erwarten. Und was sagt die Ensemble-Prognose für die nächsten 10 bis 14 Tage? Wir sehen, es bleibt bei diesen milden Berechnungen 5 bis 10 Grad. Und auch später meist um die 10 bis 12 Grad. Also richtig warm will es noch nicht werden. Wobei Temperaturen um die 10 bis 12 Grad völlig normal sind für die aktuelle Jahreszeit. Wir kommen halt von einem sehr hohen Ross runter. Der Februar war ja schon so warm, wie normalerweise ein März ist. Deswegen denken wir jetzt, es müsste noch höher gehen. Am besten direkt auf 25 Grad. Aber gemach, gemach. Das sind völlig normale Temperaturen, die wir nächste Woche für die Jahreszeit erwarten. Es geht auch sehr trocken weiter. Kaum Niederschlagssignale bis zum 12. März. Erst dann gibt es hier und da mal ein bisschen was von oben. Der Blick nach Westdeutschland. Auch hier ist das Gleiche relativ ähnlich. Anfangs bis zu 10 Grad. Danach nächste Woche 10, 11, 12 Grad. Und auch hier gilt, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Eben auch noch keine 20 bis 25 Grad. Ich lese es ja immer wieder in den Kommentaren. Aber liebe Freunde, liebe Leute, in der ersten Märzhälfte ist noch niemand Frühsommer berechtigt. Also Temperaturen um die 10, 11, 12 Grad sind völlig passend für die aktuelle Jahreszeit. Und es bleibt erstmal trocken bis zum 10. März. Und danach gibt es auch im Westen des Landes wieder hier und da einzelne Niederschlagssignale. Und im Osten das Ganze relativ ähnlich. Sehr sicher die kommenden Tage. 5 bis 10 Grad werden erreicht. Nachts gibt es leichten Frost. Und auch nächste Woche wahrscheinlich wieder ansteigende Temperaturen auf 10, 12, 13 Grad. Und auch im Osten des Landes gilt, erstmal kein Niederschlag in Sicht. Frühestens wieder ab dem 11. oder 12. März. Noch der Blick nach Süddeutschland. Und da fällt auch immer wieder auf, der Hauptlauf ist ganz unten angesiedelt. Der will irgendwie März, Winter nächste Woche haben. Aber das Mittel aus allen Berechnungen bleibt doch weit oben zu finden. Bei fast 10, 11 Grad. So ist es natürlich nichts mit März, Winter. Es bleibt doch erstmal niederschlagsfrei. Erst ab dem 12. und 13. März gibt es nennenswerte Niederschlagsignale. Ja und was gibt es Neues von der Prognosefront für den Monat März vom amerikanischen Wetterdienst NOAH? Wir sehen weiterhin einen zu warmen März. Bis zu 2 Grad zu warm soll der März 2022 bei uns in Deutschland ausfallen. 2 Grad wärmer als das ohnehin schon sehr warme Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Aber es wurde ein bisschen reduziert. Vor ein paar Tagen war hier im Norden und im Süden auch mal eine Abweichung von bis zu 3 Grad zu sehen. Das wurde reduziert auf maximal jetzt bis zu 2 Grad wärmer als das Klimamittel 1991 bis 2020. Über den Norden und Osten Europas, müssen wir gar nicht reden, 3 bis 4 Grad zu warm. Eine richtig große Abweichung nach oben. Dagegen hier rund um Griechenland und die Türkei, da könnte es zum Teil deutlich kühler werden. Da ist also eher ein verspäteter Frühling zu erwarten. Und was machen die Niederschläge? Da wird es immer heftiger mit der Trockenheit im März. Im gesamten Süd- und mitteldeutschen Raum sehr viel Trockenheit. Wir sehen hier diese dunklen Farben. Das ist wirklich ganz schon unten an der Skala angesiedelt. Sehr wenig Niederschlag. Und nur hier im Norden soll ich nicht ganz so trocken werden. Aber da gab es eh genug Regen. Da stehen die Felder unter Wasser. Da kann man auch mal getrost ein paar Wochen ohne viel Regen gut überstehen. Das war es vom Wetter am heutigen Mittwoch. Also eine sehr spannende Wetterlage. Erstmal sonnig bis zum Wochenende. Heute ein paar Wolkenfelder. Dann wird es aber freundlicher nachts hier unter leichter Frost. Und nächste Woche geht es insgesamt ähnlich weiter. Immer wieder Sonnenschein. Temperaturen 5 bis 10 Grad. Im Südwesten nochmal 12, 13, 14 Grad. Aber ein Temperatursturz mit einer Schneedecke und Märzwinter ist für nächste Woche nicht in Sicht. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetternet auf YouTube. Tschüss und bis bald.